So meine Freunde, einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück bei diesem absolut unkoordinierten Let's Play. Wir brauchen weiterhin immer noch Silber, weil wir immer noch zu wenig davon haben. Aber wir konnten jetzt schon mal unsere Sauerstoffflasche auf 90 Sekunden erweitern. 90 fucking Sekunden. Das heißt, wir können jetzt in Gebiete vordringen, wo wir vorher noch nicht waren. So und jetzt müssen wir Silber suchen. Wir brauchen zweimal Silber für einen neuen und besseren Helm. Und das Hauptproblem ist, Silber gibt es, wie ich jetzt herausgefunden habe, hier. Bei den netten, tollen Tieren da. Was ist das? Das hier ist Salz. Schauen wir mal hier einfach runter, mal gucken, was wir hier finden. Auf jeden Fall gerade eben schon Quarz gesehen, hier unten. Warte mal, hier war dieser andere komische Fisch, ne? Weiß gerade nur nicht, wo der ist. Einfach mal fahren. Eine häufige Problem für Höhlen tauchen ist Orientierung. Naja, hier werde ich jetzt die Orientierung ja wohl nicht verlieren. Kommen genau in deren Gebiet raus. Ja, natürlich. Es muss so ein Viech bei mir sein. Anders würde es ja auch nicht gehen. Hier ist das Loch, in das wir gerade geschwommen sind. Schwimmen wollten. Gehen wir nochmal hoch. Was ist er denn für ein Fisch? Ich kann sagen, wer schreit denn hier schon wieder rum? Ja, wir müssen wieder in dieses, in diesem Bereich. Hier habe ich Silber gefunden. Zwar leider noch kein Blei, aber dafür Silber. Was ist denn das jetzt schon wieder dunkel? War doch gerade eben erst dunkel. In diesem Spiel verstehe ich manchmal die Zeiten nicht so ganz. War das jetzt Silber? Ne, Blei. Damit können wir dann gleich schon mal anfangen, unsere Base zu bauen. Das ist Salz. Da ist auch noch mal Salz. Noch mehr Salz. Jetzt brauchen wir erstmal kurz auf. Wie tief war das denn bitte? Warum ich einfach entfernt bin? Kein Wunder, warum es auch so schlagartig dunkel wurde. War ja auch einfach arsch-tief. Noch mal Blei. Nach diesen komischen Kugeln Ausschau halten. Oder schwimmt genau über mir. Daher über mir ist es nicht so schlimm. Weiß ja nicht, wie tief die Viecher schwimmen. Wettungskapsul ist da. Sollten wir uns da langsam mal hinbegeben. Hm. Aber gut, dann können wir jetzt schon mal unsere verstärktes Fundament bauen. Um dann gleich anzufangen. Unsere Base ein bisschen zu bauen. Dann wird nämlich auch mal ein bisschen was von dem... Von dem... Scheiß Käfer, ey. Junge. Ich bin aber auch wirklich ein ganz bisschen schrecker. Wie viel Blei haben wir denn jetzt gefunden? Zwei. Hätten wir jetzt für den Helm schon mal... Die ersten zwei Sachen. Wir haben nur ein Silber gefunden. Ja gut, besser als nichts, ne? Besser als nichts. Gib mir mal Glas. Kannst du Gold hier behalten und Silber auch. Dann nehme ich hiervon noch ein bisschen was mit. Und dann fangen wir jetzt mal an, unsere verdammte Base zu bauen. Wo wollten wir die nochmal hinbauen? Hier hin, genau. Ich glaube, ich werde die Platte... Die erste. Die Fundamentplatte. Die kann ja nicht einfach so in der Luft schweben, ne? Ah. Okay. Cool, 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 cool. Dekonstruieren. Das ist ja so das nächste Ding, ne? Ich... Habe jetzt noch nicht großartig eine Peilung, wie ich was hinstellen soll. Oder auch kann. Bauen wir einfach jetzt noch ein bisschen drauf los. Jetzt fehlt mir Titan. Ach, krass. Das ist ja heftig. Kann man das Ding denn? Das kann ich glaube ich nicht abbauen, ne? Ja, da kann ich das nicht abbauen. Schade. Wo ist jetzt da? what ist jetzt da? Ja. Das ist doch... ... ... ... ... ... ... ... Okay, wenn ich jetzt hier nochmal eine vertikale Verbindung drauf packe. Und noch einer. Achso. Oh, okay. Aber wie kann ich jetzt meine vertikale Verbindung benutzen? Was brauche ich für Quarz? Oh, ich habe noch Quarz. Ach krass, das kann ich hier drin auch alles demontieren. Oh, ich habe noch einen Quarz, fuck. Müsste draußen nicht noch ein Quarz sein? Oh, ich habe noch einen Quarz. 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 Käpt'n. Oh, ich habe noch einen Quarz. Solarpanele drauf. Das sieht schon geil aus, ne? Kannst du jetzt auch hier raus gucken. Okay, aber da kann es nichts, kann es halt nicht so geil an Sachen anleuchten. Okay. Ja, nice. Nice. Da würde ich spontan behaupten, das ist jetzt erstmal Folge Nr. 7. Mega. Das versteckt. Es passt. Und dannidet aufscheue ich direkt. Also closed mich kurz zu ber Past Was bist du auf Hopphmons? Oh ja, ich weiß. Vielen Dank.